Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Dishonored, meine Freunde. Ich muss jetzt ganz kurz den Timer starten. So. Ja, ich hab mir jetzt auch mal so einen Timer dazu gelegt, damit die Parts nicht allzu groß werden. Nichtsdestotrotz weiter geht das. Was müssen wir eigentlich machen? Wo war denn jetzt... Genau. Ausauschungsküste. Okay. Ich wollte schon sagen, ich hab doch... So, ist hier jemand? Nein. ...leute Leute hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul. Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt kaum noch eine. Hast du Angst? Es ist Zirkonia. Da leben nur Kaufleute und Ruhe. Frischlinge wie du haben ihn nie in der Zoom gesehen. Ich sag ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Ich hoffe, dass ich ihn finde. Das hoffe ich auch. Okay. Nicht gleich über... Ups, Alter. Nicht gleich überstürzen. Viel Spaß beim Lesen. Noch mehr zu essen. Wie viele Ratten hier unten sind. Ekelhaft. Schleichmodus. Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß존 뭐야! Ich weiß nicht. Wir müssen also die Ausflussungskiste finden. Alter! Wie krank ist das denn bitte? Was sind das für Ratten? Bleib mir bloß weg. Ja, zum Glück ist sie verschlossen. Alter, Verwalter. Mit ihr will ich ja gar nichts zu tun haben. Bleib mir bloß weg. Ich bin... Alter. Alter! Alter! Ah! Nein, 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 nein. Ratten. Blöde Ratten. Puh, aus! Alter! Was ist denn das für Ratten? Ist das krank? Leise. Ach Gott, nein, wie süß ist das denn? Ich will mal nicht aufheben, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen... Was warten, wir sind sehr krank und gibt's keinen Ort mehr, an dem wir in die Stadt mal sicher werden, bla bla bla. Okay. Oh, krass. Ne, ich würde schon sagen, ich lasse die mal so... Weil das... Das war zu fies. Also, ich muss sagen, ich schlag zwar Luna sehr oft, aber... Ich bin doch kein Arschloch. Da würde ich mich sogar scheiße fühlen, wenn ich das machen würde. So, was haben wir hier? Geld, 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 Geld. Ich habe zwar keine Ahnung, für was wir das Geld brauchen, aber, äh... Man kann dennoch nie genug haben. Was ist denn hier los, sag mal? Warum sind denn so viele tot? Ähm, Kollege... Du bist da mal irgendwie komplett, äh... So. Oh. Du bleibst oben gut. Es sind ja so viele tot, ich meine. Was ist denn los hier? Es ist... Okay, hier ist nix weiter. Hier ist auch nix. What the... Die Leichen nicht in die Wagen, die sie in den überschwemmten Bezirk bringt? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Ähm. Ratten. Ich... Was... Was mache ich denn gegen Ratten, bitteschön? Ich meine, bis jetzt habe ich ja noch irgendwie... Äh... Schutz durch die Leichen, aber... So richtig gefallen tut mir das auch nicht. Okay, warte mal. Ich nehme dich mal hoch. Und schmeiße dich da rüber. Ich nehme dich nochmal und schmeiße dich auch da rüber. So во jetzt fix, 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 fix. Jetzt drehe ich schon. Dre, 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 dre. Ist egal, ich bin weg. Ich will... Mit ihr gerade nix zu tun hat. Achtung Bürger von Dunber. Der Attentäter Corpo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin, Lady Emedie, initiatives der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Ah, okay, vorwärts. Gut, alles klar. Weiß ich Bescheid. So. Hätten wir auch getan. Was haben wir hier, Flasche? Hm, ich fress aber auch alles. Kann das sein? Hm, schön. Auslösen. Äh, will ich denn auslösen? Alter! Ah, jetzt war ich erschrocken. Fuh, ja. Okay. Brandbolzen. Synthes-Elixier. Oh, weg hier. So. Boah. Kann ich hier irgendwie hoch? Ja, kann ich. Schau mal an. Ach, ist ja eh nicht viel. Ach, werd ich ersparen können. Alter! Ach so. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Mit der Musik gerade und das Ganze. Ich denke, ich spiel hier Amnesia. Alter! Alter! Das kommt mir so leicht bekannt vor, dass es so Amnesia-like ist. Alter! Mach das doch nicht mit mir. Ich hab ein schwaches Herz. Wo muss ich oben lang? Unten lang? Ich hab keine Ahnung. Hab's doch überleben irgendwie. Okay, ich muss da hoch. Okay. Gut, dann gehen wir zurück. Und passend auf, dass hier keine... Wie steckt da eigentlich die Waffen wieder weg? Ah, nein! Was hab ich jetzt gedrückt? Nein! Ich wopp doch jetzt... Scheiße. Naja. Nice. Ich muss mal ganz kurz in die Steuerung schauen. Was ist denn hier eigentlich? Äh... Springen, schleichen, benutzen, F. Schwertangriff, blocken, wirken, zoomen, linke Alt-Taste. Ah, das wollte ich wissen. Dankeschön. RTJ, Notizen. Inventar. Wieso ist das eigentlich nicht aktiviert? Inventar I. Kräfte-Menü. Kräfte-Menü. Machen wir das. Dann machen wir das. Ja, ich hab zwei Tasten an die Daumen. Deswegen Notizen. N. So. Setten wir das? Notizen. Ach, das ist doch dasselbe wie... Ach, der hätte ich mal aufs Spanke. Okay, davon hab ich noch nix. Inventar. Ach, das ist doch dasselbe wie... Ach, Gott. Ja, deswegen. Ja, eben der... Das hätt ich mir auch sparen können. Naja, gut. Egal. Viel Spaß beim Lesen. Spezial... Ah, da war mal ne Ausrüstung. Was ist das denn Feindes? Und was ist das? Ah, okay. Nett. Du kannst Kräfte wählen, okay. Betäubungsbolzen, Ambrusbolzen. Brandbolzen. Normale Kugel. Nein, Ambrusbolzen. Normale Ambrusbolzen brauch ich. So. Leere Flasche. Weg damit. Huch. Na? Baden? So. Wo geht das hier weiter? Geht's hier weiter? Alles klar. Oh nein. Drücke C. Um beim Springen zu rutschen. Oh, wie mo... Oh, die Finger hab ich gar nicht. So. Ging ja nochmal gut. So ist der Whisky noch da. Okay. Wandholzen. Man weiß ja nie, was man dem mal braucht. So, hier scheint nix mehr zu sein. Hier geht's lang, oder? Wie lang ist der Port? Ach, da geht das mal zwölf Minuten, alles klar. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Von mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Oder was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hehehe. Hehehe. So. Jetzt ganz leise. Hier drin stinkt's wie ein toter Weiner. Hehehe. Ja, waschen hilft. Kann man hier hoch, irgendwie? Ja, man kann hier hoch. Hier ist aber jetzt nicht so wirklich was. Nein, hier ist nix. Okay. Ist vermutlich auch einer. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser, und das war's. Was zum Henker war das? Hehehe. Ja, schau mal genau hin, Kollege Schmierfuß. Wundere mich, wie tief es ist. Ich kann den Grund nicht sehen. Wen interessiert das auch? So, äh, geh mal da hin. Was war das? Was soll? Hilfe! Was soll? Das ging jetzt gar nicht so, wie ich wollte. Ich wollte sagen, die Leiche verstehen wir. Ging jetzt nicht so, wie ich wollte. Hat auch gar nicht angezeigt. Hm, find ich komisch. So. Aber ich bin jetzt eh nicht so da, Schleischtyp. Von daher. Passt das schon. Nein, nein, du siehst mich nicht. Das hast du schon nicht gesehen. Ach, ihr wollt kämpfen. Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Handtäter! So. Das hätten wir auch, das hätten wir auch, das hätten wir. Und zack, so weg mit dir. Ich bin tot. Ich komm mit der Steuerung noch nicht so ganz zurecht. Ah, das fängt ja schon gut an. Warte mal, links ist angreifen, rechts ist, äh, die Waffe. Ich denk immer, das Problem ist immer, links ist angreifen. Ja. So, aber ich denk immer, äh, linke Maustaste ist dieser Bolzen und rechte Maustaste ist Schwert. Deswegen komm ich da ein bisschen durcheinander. Tja, so läuft das nun mal. Das klingt wie ein toter Weiner. Normal. Wohl fallen lassen. Sag Bescheid, wenn du meine Wache übernehmen willst. Du bist so ein Hitzkopf. Ja, ja, das machen die schon irgendwie. Ist vermutlich auch einer. Komm manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. So, was macht er jetzt? Hey, was? Zu den Waffen! Wer hat der das hingesehen? So. Aha, so läuft das. Arschloch, ey. So, rein mit dir. Kannst mich mal im Arsch lecken, ey. So, das hätten wir jetzt auch getan. What the fuck? Ich werde dich finden, du Hexen. Den hab ich die Hand weg geschossen. Das haben wir gar nicht geplant. So, weg mit dir. Krasse Scheiße. Ha, ha, ha. Hier sind doch gar nicht so viele Wachen. Wo sind die denn alle hergekommen? Da ist die Hand. Ha, ha, ha. Schiff. Ja, war nicht so geplant, aber... Ich wusste nicht einmal, dass das geht. Wow, brutal. So, noch eine Leiche. Wie viele Leichen gibt's denn hier? Ich lass dich auch mal hier liegen. Speicherpunkt, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Und wir sehen uns im nächsten Part von Dishonored. Bis dahin. Und wir sehen uns im nächsten Part von Dishonored.